Dann hat er mich wieder auf den Boden gedrückt und hat meinen Kopf in einen Meter Höhe auf den Steinboden geknallt. Keiner hat was gesagt, niemand hat reagiert. Ich habe es bis heute noch nicht verbunden gekriegt. Dann haben sie mich gefragt, ob ich Mundschutz tragen wolle. Ich habe gesagt, nein, wozu soll ich Mundschutz tragen? Herzlich willkommen zum Trailer des E-Learning mit dem Thema Haftungsrecht in der Pflege. Mein Name ist Beate Bahner. Ich bin Fachanwältin für Medizinrecht mit eigener Kanzlei in Heidelberg und seit über 20 Jahren mit Fragen auch rund um Arzthaftung im Gesundheitswesen beschäftigt. Schwesterherz, ich grüße dich. So, ich melde mich zurück. Ich hatte gestern meinen Durchmarsch und ja, dann das letzte Ding auf die Homepage gestellt. Dann ging ich runter in die Garage und da kam ein Auto in die Garage und das brauchte ganz lang vor dem Tor. Und irgendwie habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Also habe ich mich mit dem Pfiffel hinter einem Auto versteckt. Dieses Auto fuhr rein und stand zehn Minuten in der Garage vor meinem Auto. Und ich habe gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Bin ich rausgerannt und blöderweise nicht in mein Haus, sondern weil meine Sekretärin das Auto holte und dann in der Forststraße war. Und die kam nicht. Sie kam einfach nicht. Keine Ahnung. Da bin ich um die Ecke gegangen. Da kam sie auch nicht. Ich habe mich nicht mehr zurückgetraut, weil ich dachte, da stehen jetzt die zwei Killer vor der Türe, wie auch immer. Dann war kein Mensch da in dieser, weil ja alles weg ist. Dann war da irgendwie ein Auto gekommen, den habe ich dringend gebeten, irgendwie die Polizei zu rufen. Haben sie erst mal fünf Minuten sich geweigert. Dann habe ich gemerkt, es ist ein Riesenfehler, die Polizei zu rufen. Ich bin ja der größte Staatsfeind im Moment der Polizei. Scheiße. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich fahre mich doch jetzt geschwind mal um die Ecke. Haben sie sich geweigert, zwei junge Leute um die 30, mich um die Ecke zu fahren oder gar zu freunden? Dann kam die Polizei. Ich habe gesagt, ich fühle mich verfolgt. Dann haben sie mir Handschellen angelegt und zwar hinten. Ja, hinten. Dann haben sie mich auf den Boden gedrückt, mich im Dreck gewälzt, massiv Polizeigewalt angewendet. Dann haben sie mich mit den Handschellen hinten, nicht vorne, ins Auto gesetzt und mich dort zehn Minuten sitzen lassen. Das Auto war auch abgeschlossen. Dann haben sie mich bei mir um die Ecke hier in die Psychiatrie gebracht. Dort waren vier Polizisten plus drei Pfleger plus, glaube ich, noch die Ärztin. Die kam aber erst zehn Minuten später. Die musste, glaube ich, noch Anweisungen von ganz oben, wo auch, oder Amerika kriegen. Dann habe ich sie gebeten, mich hinsetzen zu dürfen. Dann sagt dieser eine Polizist, dieses Arschloch, da setzen Sie sich. Dann, hier ist eine Bank und dann war da keine Bank. Also er hat mich für vollkommen bescheuert gehalten. Dann hat er, weil ich weiterhin gebeten habe, mir die Handschellen freizumachen, wie soll ich denn, wen habe, ich habe ja auch niemanden irgendwie gefährdet. Ich hatte um Polizeischutz gebeten. Dann hat er mich wieder auf den Boden gedrückt und hat meinen Kopf in einen Meter Höhe auf den Steinboden geknallt. Keiner hat was gesagt. Niemand hat reagiert. Ich habe es bis heute noch nicht verbunden gekriegt. Dann haben sie mich gefragt, ob ich Mundschutz tragen wolle. Da habe ich gesagt, nein. Wozu soll ich Mundschutz tragen? Dann haben sie mich zu viert getragen, weil ich mich geweigert habe, wegzugehen und auch die Handschellen ja noch anhatte. Da habe ich mich geweigert. Da haben sie mich getragen zur Ärztin, die gefragt hat, warum ich mich verfolgt fühle. Die kennen mich alle, die wissen ja alle, wer ich bin. Das ist ja klar. Die ganze Welt weiß, wer ich bin. So, und dann haben sie mir irgendwann doch die Handschellen abgelegt und dann haben sie gesagt, ich kriege keinen Anwalt. Ich darf niemanden anrufen. Ich hatte ja auch mein Handy nicht dabei. Das wollte ich nämlich nicht mitnehmen. Nach Wilhelmsfeld zu meiner Sekretärin zum Grillen, damit die nicht auch noch geortet wird. Ja, dann haben sie mich zwangsweise die ganze Nacht in den in Guantanamo Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie, den kannte ich auch noch nicht. Der ist auch neu eingerichtet. Da lag ich auf dem Boden. Keine Toilette, ein Waschbecken ohne Seife, kein Handtuch und sonst nichts. Ich kriegte aber ein Wasser. Ne, ich kriegte ein Wasser. Ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Ich kriegte ein Wasser. Das ist doch auch toll, ne? Dann wurde ich verschlossen. Also ich konnte nicht raus. Ich konnte klingeln. Aber nach dem dritten Mal kamen sie nicht mehr. Ich hätte sie da auch ersticken können. Sie brachten mir aber kulanterweise doch einen Klostuhl. Da konnte ich da reinpieseln. Der war dann auch inzwischen voll heute Mittag. Dann stellten sie mir heute Morgen. Dann wollte ich einmal raus. Dann hat mich der Pfleger mit Gewalt wieder zurückgedrückt. Also ich war wirklich im Hochsicherheitstrakt hier. Ja, wie ein Schwerverbrecher wurde ich behandelt gestern bis heute Nachmittag. Dann brachten sie mir heute Morgen ein Frühstück, stellten es mir auf den Boden. Dann habe ich gesagt, vielen Dank. Könnte ich vielleicht einen Tisch und einen Stuhl haben? Nein, sie sind hier in Isolation. Sie nennen diesen Hochsicherheitstrakt Psychiatrie Heidelberg Isolation, weil ich ja so ein Killer-Virus in mir trage, den ich ja schon im Februar hatte, wie wir alle. Dann habe ich irgendwie zwischendurch doch ein bisschen geschlafen. Gefrühstückt habe ich nicht immer wieder. Dann kam endlich mal irgendwann um zwölf, keine Ahnung, ein Oberarzt, der mir erklärte, wenn ich mich verpflichte, Mundschutz zu trage und immer, 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 dann könne ich in die geschlossene Abteilung, die jetzt nicht mehr Roller heißt, sondern Isolation, Isolation heißt. Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und ob ich mich bereit erklären würde, sechs Wochen in der Psychiatrie zu bleiben, habe ich gesagt, nein, ich bleibe nicht freiwillig. Ich bitte um einen richterlichen Beschluss durch das Amtsgericht, Betreuungsgericht ist das da zuständig. So, aha, den habe ich also bis heute noch nicht, obwohl ich jetzt seit fast, ich bin noch nicht ganz 24 Stunden eingesperrt. Aber du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben, ich komme jetzt also in ein wirklich, ich habe ein Upgrade bekommen hier im Gefängnis. Ich habe ein Upgrade bekommen, ich habe ein wunderbares Zimmer. Ich habe eine Dusche, ich habe also in meinen Klamotten geschlafen, konnte mich nicht waschen, konnte gerade pieseln. Ja, dann kriege ich ein Upgrade. Ich habe jetzt also ein schönes, großes Zimmer. Ich darf mein Handy bekommen, habe ich jetzt gerade bekommen. Ich konnte duschen um vier, ich kriege auch nachher Gott sei Dank was zu essen. Jetzt haben mir meine Freunde die Bücher gebracht. Ja, und jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen. Hier diese Isolationsstation, auf der vielleicht 25 Leute sonst immer sind. Sie ist mit mir als Schwerstpsychiatrie-Patientin oder Hochschwerstverbrecherin. Und die anderen drei sind da auch noch drei. Ich darf hier nur mit Mundschutz rumgehen, sonst könnte ich ja die armen Schwestern infizieren. Aber immerhin, ich habe jetzt ein Bett. Und ich habe eine Toilette, ein Bad. Ich konnte mich duschen. Es fehlen noch ein paar Sachen. Sie haben mir jetzt alle Bücher gebracht. Und jetzt warten wir mal die Sache ab. Gestern der Durchmarsch mit meiner Shutdown beenden, leicht gemacht. Du hast es ja auch bekommen. Bitte, du kannst dieses Video gerne teilen. Ich bin jetzt hier, Gott sei Dank, muss ich sagen, hier. Diese Mädels sind alle super nett. Das ist abgeschlossen. Also meine Freunde dürfen mich auch nicht besuchen. Das heißt, ich bin irgendwie auch in Sicherheit vor ganz dunklen Mächten. Liebste Schwester, ich sage dir, es ist alles noch viel, viel, viel schlimmer, als ich es in meinem Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht geschrieben habe. Es ist so grauenvoll. Aber jetzt bin ich hier. Und wenn die 83 Millionen Menschen in Deutschland und die 5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt nicht checken, was hier für eine Tyrannei in Windeseile errichtet wurde, mit Lügen und Betrug und der größten Fake-Geschichte, mit Angst und Panikmache, mit Corona, dem Villa-Killer-Virus, an dem in Deutschland noch kein einziger Mensch gestorben ist, wenn die Menschen das immer noch nicht begreifen, I don't know. So, bitte teile diesen kleinen Chat so oft du kannst. Ich grüße dich, es geht mir gut, ich werde versorgt. Und ich bin jetzt hier auch sicher. Wunderbare, nette 3, 4, 5 Pflegerinnen, die sind auch wirklich lieb. Ich brauche ja jetzt, ich habe jetzt sogar einen Tisch noch reingestellt bekommen. Stell dir vor, ich kann jetzt also auch sehen. Drei Kesselchen, mehr ist nicht. Wir dürfen auch nicht in den Gemeinschaftsraum. Wir vier Patientinnen, es sind nur vier, drei sind wirklich krank. Meine Nachbarin ist sehr, 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 sehr depressiv. Ein 28-jähriges Mädchen hier aus Heidelberg. Wow, der geht ganz schlecht, aber wir rauchen gelegentlich zusammen, haben uns heute kennengelernt. Ja, ansonsten ist die Station und die ganze, jedenfalls die hier, komplett leer. Und nur für Staatsfeinde und Schwerverbrecher wie mich mit Mundschutz. Den ich tragen muss, sonst werde ich wieder in, sonst komme ich wieder in den Hochsicherheitstrakt mit dem Boden schlafen. Aber ich möchte sagen, in der Türkei wäre es schlimmer oder irgendwo. Da wären die Böden wahrscheinlich verschissen und verkackt gewesen. Ich hätte kein Klopapier bekommen. Immerhin hatte ich einen Klostuhl bekommen, weißt du, diesen Nachtstuhl, ne, kann man sich draufsetzen und dann pinkelst du in den Nachtpott. Was habe ich getan? Mein Geschäftl habe ich heute, ach, habe ja nun eh nichts gegessen. Ich hatte morgens drei Kekse gegessen. Ja, also die Polizei, dein Freund und Helfer, hat mich schwerstkörperlich misshandelt, muss ich schon sagen. Den Kopf auf den Steinboden schlagen, hier in der Psychiatrie, hier vorne. Soweit sind wir schon, weil jemand seine Meinung äußert und mal zum Bundesverfassungsgericht geht mit einem Eilantrag, der ja erfolglos war. Eins ist klar, der Mann, der das und Verfassungspräsident werden möchte, der Herr Harbert, der wird das sicherlich nicht mehr. So, jetzt gebe ich den Menschen ein paar Wochen Zeit zu realisieren, dass sie hier der schlimmsten Tyrannei aufliegen. Ich bin ein schönes Exempel dafür, was allen passieren wird auf der ganzen Welt, wenn sie nicht jetzt endlich aufwachen und sehen, was das für ein Terrorregime, wie dies die Welt noch nie, nie gesehen hat. Da können sich Mao, Hitler und Stalin wirklich eine Scheibe abschneiden. Und auch der Trump kann noch was lernen in Sachen Fake News. Das kann der noch nicht so gut wie, ja, wer auch immer böse, böse, böse möchte, die uns hier tyrannisieren, terrorisieren. Und ich muss sagen, ich hatte heute Nacht wirklich Ängste. Ich hatte gestern Abend Ängste, dass sie mich umbringen hier, dass sie mir eine Giftspritze setzen auf Anordnung. Ich hatte nachts dann mal auch irgendwie Angst, dass sie mich wegfliegen und ich hatte wirklich Glück. Der Fifi war nämlich dabei und eine nette Polizistin brachte den dann auch zu mir ins Haus. Ich bin ja hier Schreck gegenüber, das ist ja Voststraße 1 oder 2 und ich bin ja an der Voststraße 3 mit meinem Büro in meiner Wohnung. Und dann haben die also den Jackie abgegeben und dann den drei Freunden im Haus Bescheid gegeben. Also es war wenigstens bekannt und ich bin nicht komplett verschwunden, weil ich hatte kein Handy dabei. Ich durfte niemanden anrufen und ich glaube, wenn Jackie nicht dabei gewesen wäre, wäre ich jetzt heute wahrscheinlich in Guantanamo gelandet und keiner hätte es gemerkt. So, du liebe 10 Minuten, heute kleiner Zwischenbericht, so ging es mir. Um 7 habe ich meinen letzten Shutdown-Anleitung gepostet und um halb 8 wurde ich von der Polizei misshandelt und um 8 war ich in der Psychiatrie. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie es gehen kann. Schwester, mach dir keine Sorgen, hier bin ich in Sicherheit, hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es ehrlich gesagt schon, aber jetzt weiß die ganze Welt und ich sterbe auch für die Freiheit der vielen. Gestern, als ich geschrien habe in der Tiburstraße, hat mir kein Mensch geholfen. Kein Mensch, die hoppten da aus dem Fenster und glotzten. Ein junger Mann mit Redlocks, der kam und hat gesagt, was wird ihr denn vorgeworfen, was hat sie denn gemacht, warum halten sie sie denn fest. Ja, das geht sie nichts an. Ja, ich weiß auch nicht, was mir vorgeworfen wird, aber inzwischen wird einem eben die freie Meinungsäußerung vorgeworfen. Steht ja auf meiner Homepage. Am Mittwoch habe ich eine Vorladung zum Gericht, weil ich öffentlich zu einer Straftat verleitet habe, Paragraf 111 Strafgesetzbuch, das ist Aufrufen zu einer Straftat. Ich habe zu einer Demonstration eingeladen, das war bis vor eben noch das fundamentalste Grundrecht in Deutschland, freie Meinungsäußerung. Und schwuppsdiwupps, in drei Monaten ist es also mutiert zu einer Straftat. Aber ich denke, ich habe Unterstützung, es werden Anwälte kommen und vielleicht auch sonst Menschen mal sehen. Ja, mach dir keine Sorgen, ich kriege jetzt gleich was zu essen und ich habe auch Hunger. Du darfst es alles teilen. Tschüss, mach's gut.